Auf diese Regulierungen und Verbote müssen wir uns als Kryptoinvestoren eventuell in Zukunft einstellen. Noch dazu ein kurzer Blick auf den Defi-Sektor und natürlich auf das Stock-to-Flow-Modell. Viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video sprechen wir hauptsächlich um Kryptoregulierungen, Verbote, Verbannungen und alles was dazu gehört. Denn in den letzten Tagen sind sehr viele News dazu rausgekommen, die ziemlich breit die Runde gemacht haben. Ich finde, da verliert man ganz leicht den Überblick, deshalb habe ich heute mal ein zusammenfassendes Video für euch. Wie ihr hier im Hintergrund schon seht, habe ich euch natürlich die verschiedensten News zusammengesucht. Alle Infos und Quellenangaben befinden sich in der Videobeschreibung. Falls dir diese Themen und das Video gefällt, dann würde ich mich natürlich sehr über eine Bewertung und einen Kommentar freuen. Vielen Dank dafür. Reden wir nicht länger um den heißen Brei, sondern springen direkt auf die News. Und die erste News, über die wir uns heute unterhalten, die ist in den News-Pages ziemlich breit getreten worden. Hierbei geht es um den TikTok-Bun bzw. dass TikTok alle bezahlten Kryptowerbeaktionen verbieten möchte bzw. das schon getan hat. Denn die Social-Media-Plattform hat das Verbot stillschweigend in seine Inhaltsrichtlinien eingeführt. Wie wir alle wissen, war TikTok die treibende Kraft im Dogecoin und allgemein im Meme-Coin-Hype. Dort wurden sehr, sehr viele Videos veröffentlicht und geteilt, in denen diverse Projekte hochgehypt wurden. Natürlich auch viele Quatsch-Projekte und viele Shitcoins. Hier im Hintergrund habe ich euch mal zwei Beispiel-Clips eingeblendet bzw. zwei Screenshots. Der erste beinhaltet den Dogecoin, der hier mit einem Preis von bis zu 3.000 US-Dollar angepriesen wird. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Er erinnert mich an mein erstes Video zum Thema Krypto auf diesem YouTube-Kanal. Dort hatte ich darüber gesprochen, dass hier ein deutscher TikToker gesagt hatte, wie heftig wäre es, wenn der Dogecoin den Preis von Bitcoin erreicht. Der lag damals bei ca. 40.000 US-Dollar. Und der TikToker meinte dann, wenn man jetzt einen Euro in Dogecoin investiert und er so teuer wird wie der Bitcoin, dann sind wir alle Milliardäre. Ist natürlich absoluter Quatsch. Und für all die Leute, die sich hier etwas mit dem Thema auseinandersetzen, wissen, wie die Marktkapitalisierung zustande kommt, die sehen das natürlich auch direkt. Trotzdem ist TikTok natürlich eine Plattform, auf der sich sehr viele junge Benutzer wiederfinden. Und durch die einfache Investitionsmöglichkeiten in den Kryptomarkt, dadurch, dass viele Börsen noch nicht reguliert sind, ist es natürlich auch so, dass sehr viel junges Publikum hier in den Markt kommt, solche Dinge eventuell glaubt, mit auf den Hype-Train aufspringt und am Ende des Tages eine Menge Geld verlieren. Ich kann es absolut nachvollziehen, dass TikTok hier einen Riegel vorzuschieben möchte. Spätestens als Kim Kardashian einen Ethereum-Max-Token beworben hat, war uns, glaube ich, alle klar, in welche Richtung das geht. Ich meine, wenn hier Influencer mit über 200 Millionen Follower Werbung für irgendwelche Shit- oder Meme-Coins machen, die wirklich keinen Zweck erfüllen, dann sollte man sich spätestens Gedanken machen. Als kurzer Hinweis, ich habe bis jetzt zwar noch keins dieser Kryptowährungen beworben, aber selbst ich habe auf diesem Kanal schon Anfragen bekommen für Werbevideos, für Kryptos, wo ich als Bezahlung zwischen 6.000 und 8.000 US-Dollar geboten bekommen habe. Ja, jetzt stellt euch mal die Bezahlung für beispielsweise Kim Kardashian vor, die hier irgendwelche Sachen promotet und zwar ihren über 200 Millionen Followern. Da reden wir von ganz anderen Preisen und Dimensionen und da kann ich es halt absolut nachvollziehen, wenn dann solche Pages wie TikTok dem Ganzen einen Riegel vorschieben, denn das ist natürlich auch für die Page selber nicht gut. Ich finde es schade, dass hier einige wenige in der Krypto-Community solche Müll-Coins hochhalten, denn das schränkt natürlich den ganzen Markt ein. Dazu muss man aber auch ganz klar sagen, dass diese Maßnahmen eventuell auch gut sind für den gesamten Kryptomarkt. Natürlich fällt dort ein riesiger Bereich der gesamten Krypto-Promotion weg. Auf der anderen Seite fällt dafür natürlich auch sehr viel Schmutz weg, denn man muss mal ganz klar sagen, viele Leute, die unerfahren sind, kommen in den Markt, lassen sich von solchen Hypes eventuell mit reinziehen, verlieren am Ende des Tages eine Menge Geld und wollen nichts mehr vom Kryptomarkt hören. Das ist natürlich nicht nur toxisch für den Kryptomarkt, weil so weniger Leute reinkommen. Nein, das hat natürlich auch einen negativen Impact, denn wenn Leute dann zigtausende und hunderttausende Euros verlieren an irgendwelche Shitcoins, weil sie dementsprechend sich einfach nicht informiert haben, dann ist das natürlich für die Presse auch eine super Möglichkeit, die Kryptowährungen hier besonders schlecht zu reden. Wo wir gerade schon bei Verbannungen und Regulierungen sind, kommen wir zu einem EU-Entwurf, der den Besitz von anonymen Kryptowallets verbieten möchte. Hierzu lag BTC Echo ein inoffizieller Entwurf der EU-Kommission vor, der offenbar die Bereitstellung und Nutzung anonymer Wallets verbieten möchte. Als Begründung für diese Regulierungen werden natürlich die klassischen Dinge vorgezogen. Es geht hier natürlich um Geldwäsche und mögliche Terrorfinanzierungen und andere kriminelle Aktivitäten, die halt durch Transaktionen im Kryptobereich finanziert werden. Was mit dem Verbot der anonymen Wallets einhergelt, sind natürlich auch Security Tokens, also Kryptowährungen, bei denen die Transaktion relativ schwierig nachzuvollziehen ist, sowas wie Monero und Zcash. Das bedeutet in erster Linie, dass die EU davon ausgeht, dass jede anonyme Kryptogeldbörse per se kriminellen Ursprungs ist, was natürlich absoluter Quatsch ist. Ich zitiere, Die Anonymität von Kryptoassets setzt sie dem Risiko aus, für kriminelle Zwecke missbraucht zu werden. Das Verbot der Bereitstellung und des Besitzes von anonymen Kryptoasset-Wallets soll die Möglichkeit, anonyme Transaktionen mit Kryptoassets durchzuführen, weiter einschränken. Dass man natürlich seine Kryptowährungen auf solche Wallets, wie beispielsweise den Ledger, runterzieht, um sie dementsprechend sicher zu verwahren, das wird hierbei natürlich komplett außen vor gelassen. Bereits seit Februar geht die Bundesregierung mit ihrem Transparenz-Finanz-Informationsgesetzes Geldwäsche stärker gegen Anonymität im Kryptospace vor. Im Gesetzesentwurf werden Transaktionen ab 1.000 Euro ebenfalls meldepflichtig. Um es mal kurz zusammenzufassen, private Wallets, sowas wie Ledger, sollen verboten werden, private Coins, wie beispielsweise Monero, sollen verboten werden, Kryptotransaktionen ab 1.000 Euro werden meldepflichtig, Bargeldtransaktionen von 10.000 Euro werden meldepflichtig, beziehungsweise obliegen einer Obergrenze und zusätzlich dürfen in Zukunft Unternehmen keine unregistrierten Inhaberaktien, dazu gehören auch Kryptoassets, herausgeben, bevor diese nicht bei einer zuständigen Behörde angemeldet sind. Bezug auf die ICO-Welle von 2017. 2017, ähnlich wie wir es auch in diesem Sommer gesehen haben, wurden sehr viele Kryptowährungen gepublisht, wo die Publisher eine Menge versprochen haben, eine Menge angepriesen haben, Leute haben dort Geld rein investiert, viele Leute wurden dabei gescammt, haben eine Menge Geld verloren, andere Leute sind extrem reich geworden, das möchte die Bundesregierung hier dementsprechend weiter einschränken. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, bleibt natürlich zu bezweifeln, ich denke einige dieser Dinge sind auf jeden Fall nachvollziehbar, andere umso weniger. Schreibt mir dazu super gerne eure persönliche Meinung in die Kommentare. Die Kritik, dass Kryptowährungen allgemein für Geldwäsche und Terrorfinanzierung missbraucht werden, ist aber überhaupt nicht valide. Schaut man auf den Crypto Crime Report 2021 des Analyseunternehmens Chain Analytics, dann sieht man ganz klar, dass die kriminellen Transaktionen im Cryptospace extrem nachlassen. So lagen diese 2019 noch bei 2,1% und im letzten Jahr 2020 bei gerade einmal 0,34%. Außerdem kam der Report zu der Annahme bzw. zu dem Ergebnis, dass die meisten Gelder über kleinere Gruppen von Dienstleistern gewaschen werden. Das Ganze ist zurückzuführen auf die klassischen Geldwäschedienstleister, sowie Kryptowährungs- und Fiat-Währungsdienstleister mit unzureichenden Compliance-Regeln. Also unregulierte Unternehmen, sowas wie irgendwelche kleinen Börsen oder so. Wir werden auch gleich nochmal auf eine Bank eingehen. Laut Chain Analytics sollten sich die Behörden darauf konzentrieren und da bin ich auch ganz klar der Meinung. Wo wir gerade bei größeren Unternehmen und bei größeren Summen sind, die Europäische Union arbeitet derzeit an einer Anti-Geldwäschebehörde. Auslöser und jetzt passt auf, sind verdächtige Transaktionen im Wert von mehr als 200 Milliarden Euro zwischen 2007 und 2015, die von einer winzigen estnischen Fiale der Danske Bank verarbeitet wurden. Die EU-Kommission schlägt deshalb jetzt denn dementsprechend die Geldwäschebehörde vor. Des Weiteren sollen natürlich auch die Anforderungen und Einschränkungen an Kryptodienstleister erhöht werden. Demnach sollen die Daten für Auftraggeber und Begünstigten von Kryptotransfers, wie zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum, gesammelt werden und den Behörden zugänglich gemacht werden. Entsprechende Sorgfaltspflichten für Banküberweisungen sind schon lange üblich. Das ist zum Beispiel etwas, was ich total nachvollziehen kann. Wenn die Bundesregierung jetzt von illegalen Transaktionen ausgeht, dann möchte sie einen Einblick darauf haben. Das finde ich nachvollziehbar. Natürlich am besten fände ich das auch, wenn das alles anonym bleiben würde. Sind wir mal ganz ehrlich, das wird es aber nicht bleiben. Und solche Regulierungen sind für mich schon eher in Ordnung, als dass ich jede Transaktion von über 1000 Euro irgendwo melden muss. In der Krypto-Community stößt das natürlich sehr negativ auf und viele sprechen dagegen. Der Micro-Strategy-CEO Michael Saylor ist da etwas anderer Meinung. Er ist der Meinung, dass große institutionelle Investoren erst dann in Kryptowährungen einsteigen, wenn durch Regulierungen ein sicheres Umfeld geschaffen wurde. Kann ich auch zum Teil nachvollziehen. Der Markt ist natürlich jetzt gerade absolut unreguliert. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass Regulierungen gut und wichtig sind. Die Frage ist halt nur, in welchem Rahmen. Dann beschlossen werden die Vorschläge der EU-Kommission übrigens am 20. Juli. Dann ist nur noch die Zustimmung des Europaparlaments und dem Rat der Mitgliedsländer nötig. Kommen wir zum zweiten Thema und zwar, dass die Bitcoin-Transaktionen auf die Tiefstände von 2020 sinken. Ich hatte bereits im letzten Video zu Ethereum schon gesagt, dass hier auch die Transaktionskosten ziemlich stark gesunken sind. Und so sieht es auch bei Bitcoin aus. Momentan liegen sie ca. bei 3,92 Dollar. Beim All-Seite-Hoch lagen sie bei über 60 Dollar. Das hat natürlich auch was mit der Netzwerkauslastung zu tun. Je mehr Transaktionen wir im Netzwerk haben, desto stärker ist das belastet. Desto mehr wird das hier angefordert. Und desto teurer sind am Ende des Tages auch die Transaktionen. Das heißt, jetzt ist eine sehr gute Möglichkeit, um seine Bitcoins zu transferieren, um sie zu verschicken. Denn momentan ist es relativ günstig. Wenn wir natürlich wieder an einen Hype-Zyklus kommen, dann kann es sehr gut sein, dass die Bitcoin-Transaktionskosten auch wieder sehr stark ansteigen. Werfen wir jetzt einen Blick auf die On-Chain-Daten im Defi-Bereich. Denn viele haben gedacht, dass die Volatilität im Cryptospace durch institutionelle Investoren abnimmt. Heute wissen wir, das stimmt so nicht. Ethereum ist so volatil wie schon immer. Und auch im Wilden Westen der Decentralized Finance im Defi-Bereich gehören extreme Kursschwankungen immer noch dazu. Momentan sind die On-Chain-Indikatoren allerdings sehr, sehr positiv. Denn gerade der Defi-Bereich glänzt mit sehr schönen grünen Zahlen in den letzten Tagen und ein, zwei Wochen. Wirf man einen Blick auf den Defi-Puls-Index. Hier ein Index, der mehrere Kryptowährungen im Defi-Bereich abspiegelt. Dann hat der auf Wochenbasis eine sehr schöne Performance von plus 14% hingelegt. Grund dafür sind natürlich große Defi-Kryptowährungen, die hiermit impliziert sind, wie beispielsweise Synthetix oder Aave, die eine sehr schöne Performance hingelegt haben. Innerhalb der letzten Tage verzeichneten alleine vier Kryptowährungen aus diesem Index einen zweistelligen grünen Prozentbereich. Darüber hinaus ist das vom Defi verwaltete Kapital in den letzten Tagen stärker angestiegen. Wenn wir jetzt hier mal einen Blick auf den 30-Tages-Chart werfen, dann sehen wir, dass das Total Value Locked, also der Gesamtwert, der hier im Defi-Bereich gelockt ist, ca. bei 55 Milliarden US-Dollar liegt. Das ist schon mal deutlich besser als beim Bottom, den wir hier vor einigen Wochen gesehen haben. Dennoch liegen wir momentan natürlich trotzdem noch deutlich unter dem All-Time-High bei, ich meine, 84 Milliarden US-Dollar. Doch auch wenn wir noch stark vom All-Time-High weg sind, zeigen On-Chain da einen klaren Trend. Immer mehr Ethereum wandert in Smart Contracts. Mittlerweile befinden sich laut Daten von Glassnode über 30% aller Ether in Smart Contracts. Das stellt ein neues Allzeithoch dar, für das Ethereum 2.0 und vor allem Decentralized Finance verantwortlich ist. Demzufolge zeigt das, dass wir trotz der momentan schlechten Kurs-Performance immer mehr Investoren haben, die den dezentralen Protokollen vertrauen. Werft ihr einfach mal einen Blick auf die Grafik, super interessant. In blau sieht man hier Percent of Supply in Smart Contracts und hier seht ihr einfach diesen ultra krassen Peak. Wir hatten hier kaum Negativ-Trend, auch wenn der Preis momentan stark unter dem All-Time-High liegt, pumpen die Leute immer mehr Geld in die Smart Contracts, was einfach super zu sehen ist. Die wunderbare Entwicklung des DeFi-Sektors gibt auch Grund zur Annahme, dass dieser Moment stark unterbewertet ist. Viele DeFi-Token besitzen einzigartige Eigenschaften und manche Protokolle weisen schon heute einen sehr, sehr positiven Cashflow auf. Daten von Token Terminal zeigen, dass mehrere DeFi-Schwergewichte jährlich hunderte von Millionen US-Dollar an Protokolleinnahmen generieren. Dieser Umstand ermöglicht es, dass einige Projekte mit Maßstäben aus der traditionellen Finanzwelt bewertet werden können. Wir haben hier also ein Größenverhältnis, das schon mit einigen S&P 500 Unternehmen mithalten kann. Laut Dune Analytics generiert SushiSwap beispielsweise pro Woche knapp 3,8 Millionen US-Dollar an Einnahmen. Nimmt man nun ein durchschnittliches Jahr von 52 Wochen, so kommt man auf einen geschätzten Jahresumsatz von knapp 200 Millionen US-Dollar. Also meiner Meinung nach hat der DeFi-Bereich in den nächsten Jahren noch ein unendliches Wachstumspotenzial und zusätzlich, dass wir gerade eine sehr schlechte Situation haben, ist er trotzdem noch unterbewertet. Für mich sind Investitionen im DeFi-Bereich für jeden Krypto-Investor ein Must-Have. Das Ganze ist natürlich keine Anlagenberatung. Der DeFi-Puls-Index ist in meinem privaten Portfolio allerdings auch die drittgrößte Position, mit der ich sehr gute Prozente mitgenommen habe. Viele Leute fragen mich, wo ich den DPI gekauft habe. Man kann ihn ganz einfach über das Coinbase-Wallet kaufen. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf das Stock-to-Flow-Model, das hier 59% unter dem Ziel liegt. Wie das Stock-to-Flow-Model diese Woche abbildet, war der Bitcoin noch nie so stark unter der Stock-to-Flow-Model-Linie. In einem Tweet vom 10. Juli zeigt Les Moroskowski, Chief Investment Officer bei Moroskowski Capital, das Stock-to-Flow in einem historischen Moment in der 12-jährigen Lebensdauer von Bitcoin. Wirf man nun einen Blick auf das Bitcoin-Stock-to-Flow-Deflocation-Modell, dann sieht man, an was für einem historischen Punkt wir uns jetzt gerade befinden. Dies könnte eine großartige Kaufgelegenheit sein, wenn Sie an das Stock-to-Flow-Model glauben, kommentierte Moroskowski. Ich persönlich bin eigentlich ein ziemlicher Fan vom Stock-to-Flow-Model, denn es hat sich die letzten 12 Jahre immer wieder bewährt. Genauso ist natürlich auch Plan B immer noch der Meinung, dass das Stock-to-Flow-Model intakt ist. Wenn es wirklich intakt ist, dann werden wir es spätestens nächsten Monat sehen, denn im August sollte ein Mindestkursziel von 47.000 US-Dollar erreicht werden. Sollte dieses Kursziel nicht erreicht werden, dann ist das Stock-to-Flow-Model wahrscheinlich nicht mehr tragbar und wir können in Zukunft nicht mehr darauf vertrauen. Ich persönlich bin super gespannt, wie sich der gesamte Markt und die Kryptowährungen in Zukunft weiterentwickeln. Langzeit bin ich 100%ig bullish, der Bitcoin wird sich noch großartig entwickeln und er wird, egal ob du heute, morgen, nächste Woche oder letzte Woche investiert hast, eine super Entwicklung sein, wenn du mit einem langen Time-Horizon arbeitest. Auch solche Aussagen von Regulierungen zum Thema Regulierungen wurden im Kryptomarkt immer breit getreten, egal ob wir jetzt von diesem Jahr sprechen, vom letzten Bullrun oder von dem davor. Natürlich wird die Kryptowelt immer größer und daher natürlich auch für Regulierungen immer interessanter, dort einen Schritt in der Tür zu haben. Ich kann es wie bereits gesagt auch teilweise nachvollziehen, natürlich muss das Ganze relativ im Rahmen bleiben. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ihr könnt mir super gerne in die Kommentare schreiben, wie eure persönliche Meinung dazu ist und was ihr davon haltet. Ansonsten war es das erstmal mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen entspannten Sonntagabend und natürlich einen guten Start in die nächste Woche. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss.